Ja, hallo Leute, hier ist der FLAF Games. Ich bin im Livestream von dem Takeo zockt und der ist auch dabei. Sag mal hallo. Hallo und willkommen an den Browseller. Richtig wie Modzilla. Ne, keine Ahnung. Ja, wir haben uns gedacht, so, ja machen wir mal im Livestream eine schöne Aufnahme von den Random Battles, die der Bene ein Programm dafür entwickelt. Und wollte endlich mal vorstellen, in dem Sinne, was er gemacht hat überhaupt. Richtig und das wird vermutlich auch in der Beschreibung verlinkt. Ich werde das beides so ungefähr gleichzeitig raushauen. Einfach so ein Beispielvideo dazu und ich kann mal kurz sagen, was für Pokémon. Ich habe Poruggly, ich weiß das immer noch nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt, Schnorgast, glaube ich, aber ich weiß es nicht. Ja, Schnorgast. Dann Heatran, Delphox, weiß ich auch nicht, wie es so auf Deutsch heißt. Ich bin da kein Fan von. Hariyama, Metagos und Snowbillikat. Und ja, du hast auch ein interessantes Team. Was hast du denn Schönes dabei? Kannst du alle Namen auf Deutsch? Ja, ich habe mein Gaventula, a.k.a. Voltula, ein Klurak, ein Hexorus, ein Quapo, ein Quavums und ein Swoobat. Was mich ja überrascht hat, war das Swoobat, ehrlich gesagt, das Set. Aber das werden wir dann sehen. Nicht gemeint mit, äh, Stunt Power? Wir werden sehen, vielleicht habe ich es ja erraten. Na, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, welches Set. Ja, gut. Ich weiß bei vielen aber auch nicht gerade das Set. Ich habe einfach mal das erste Pokémon genommen. Und zwar, hier dieses nette Pokémon. Ich glaube, ich gucke jetzt gleich mal einen Bericht nach, wie es auf Deutsch heißt. Es heißt, es heißt Schnorgast. Ja? Ach, da hatte ich ja recht. Da hattest du schon recht. Nice. Und der Start für mich ist schon echt gut gewesen. Jo, wir werden sehen. Also gut, äh, erstmal mogel ich mir ein bisschen und setz den Mogel lieber ein. Alter, du dreckiger Schummler. Nee, nee. Mogler. Nee, keine Freunde mehr. Ja. Ähm, also gut, ähm, mal gucken, was jetzt getan wird. Du könntest ja jetzt Drachenland sein, du könntest ein Dual-Dance sein, du könntest alles sein. Das ist ganz problematisch. Ich glaube, das Ding hat kein Scarf-Set oder Band-Set. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ähm, da wäre es natürlich gut, wenn ich meinen Small-Z-Datebase, äh, besser kennen würde. Aber, ja, ähm, das ist leider nicht der Fall. Du könntest jetzt auch... Du hast die nur gemacht, du kennst die nicht. Ja, richtig. Ich hab's ja eben nur gemacht. Ähm, ich könnte jetzt, ähm, meinen Schnorgast opfern. Hehe, aber ich könnte's auch sein lassen. Das ist halt eben so eine der Sachen. Ähm, gut. Das Problem ist... Hm. Die Sache ist einfach, ich weiß nicht, ob ich das Ding noch irgendwann brauchen werde. Und, oh, ja, Happiness. Hehe, ja. Die ist auf 100 normalerweise gestellt. Das war keine so gute Idee. Ich hab gedacht, vielleicht kann Röntger das Ding sogar ausmachen. Und... Ja, das war gut. Und mit Abstand sollte ich's jetzt noch ausmachen können. Ähm, ja. Oh, fuck. Das war ein Band-Set übrigens. Ah, okay. Ja, seh ich jetzt auch. Das wär... Das wär echt neu gewesen eigentlich, wenn das... Wenn das richtig durchgekommen wäre. Ja, und ich muss auch... Weil so ein Bandit, Hexoros, macht schon sehr guten Schaden, würde ich sagen. Ja. Eine der Sachen, die ich mir grad mal merk, ich muss mal gucken, wie ich das mit der Freundschaft mache, wenn man bei, äh, Rampatz das macht. Weil im Moment hab ich gemerkt, das war, glaub ich, 100er Freundschaft oder sowas. Und wenn du 250 in der Freundschaft hast, dann macht das halt viel mehr Schaden. Also, ja. Das sollte man nochmal überarbeiten, denke ich, irgendwann. Ja, ich muss mal gucken, wie ich, wie man das genau einstellt, wenn man dann das... Oh, diese Prediction auf den Wechsel. Tja. Welches Mega bist du? Das ist die Frage. Ja, das wüsste ich wohl gerne. Und jetzt prediktest du mal einen Wechsel, wetten. Wetten, du prediktest du jetzt mal einen Wechsel auf Heatran? Ah. Nein! 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 Scheiße! Ah, du hast gesagt, Y. Oh, gut. Alles okay. Nein. Feuerfänger. Nice. Und mit Dür... Oh, 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 das wird schön. Gefällt mir. Du hast mein... Du hast mein Predikt prediktet. Dass wir uns vergessen, dass Pokémon auf Level 100... Ah, nee, warte. Das bringt ja gar nichts. Oh, ja, stimmt. Das ist ja... Ja, okay, stimmt. Na gut. Ich hab mir dafür kämpfen auf Level... Irgendwie hatte ich im Kopf wegen Showdown, dass es Level 100 ist und dass du dann jetzt irgendwie... ...einander levelt bist. Aber ich hab ein VGC hier dran bekommen, deswegen... Siehst du jetzt gleich das schöne Set, was ich habe. Du wechselst das Pokémon hier ein. Aber... Delegator! Das Delegator-Set kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich denke mal, das ist hier ein schönes Set mit hier Toxin und sowas noch, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, mein Feuer, Step macht auf jeden Fall mehr Schaden als irgendein Coverage-Move. Jetzt in der Sonne mit Flash-File geboostet, auf jeden Fall. Ach, du Heiliger! Meine Güte. Und... Überwurf, Kopfüberwurf, nicht. Die Frage ist, wird ich jetzt ausgeweckt oder nicht? Ich glaube, das ist ein Ne, oder? Ah, nice. Ah, ne. Okay, aber ich muss... Du hast die Chance, jetzt entweder den Delegator zu machen oder du killst mein Quapo. Das ist die Frage, was du machst. Ja. Aber, ja gut, dann habe ich jetzt den nächsten Angriff frei wiederum. Ja, aber du hättest auch einfach Überwurf-Spam-Können und dann, äh... Ja, wenn man eine KP irgendwann wegkommt. Ja, mhm. Äh... Die kommt auf der Bibel aus. Ne, ich hätte halt nur weniger KP gehabt. Und die Sonne ist noch da, was gut für mein Ertrag ist. So. Wenn hoffentlich trifft das jetzt. Wenn das trifft, dann... Arvideci. Nein! Ah, ich habe gedacht, die wäre vielleicht schneller oder so. Herr Tran, du lebst das. Du bist Herr Tran. Nein, die Güte konnten wir aber... Nein! Digga, das ist ein, äh... Das ist Bex-Fokus-Stoß von einem Krawumms, Mann. Ja, es ist aber auch nur ein Krawumms. Ah, verdammt. Krawumms ist schon ziemlich OP. Ja, natürlich. Immer. Na, das sollte man ehrlich nicht unterschätzen. Ja, okay. Wäre ich nicht. Was hast du noch für Pokémon? Das ist eine gute Frage. So. Gut, dass ich mir sowas nie merke. Sunday. Ah, hallo. Ah. Predicted. Ich finde, in so... So ein schwarzes Glorak hat schon Stay, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Gedankengut. Ja, Dubstep-Intro. Oh, ich lese hier nebenbei den Chat des Livestreams, weil, wie gesagt, es wird gerade live gestreamt noch mal. Ja, genau, aber es gibt ja eigentlich gar keinen Livestream. Äh, ja, okay, ja. Also, ja, es gibt einen Livestream. Gut. Und so, ich schockt. Uh, macht einige Schadenhitzewel. Sollte durch den Commander und durch die Resistenz nicht so viel Schaden machen, aber... Oh Gott, es ist halt eben Glorak Y. Das mit nicht viel Schaden machen. Was hat schon einen guten Schaden gemacht? Ja, auf jeden Fall. Oh, gut, ich kann nicht jetzt zugegeben, aber... Ob das nicht ein Fehler war, mir jetzt die Sonne zu geben? Ach ja, ich glaube, das Bette geht an dich aber, weil ich habe nicht mehr viel. Ich habe noch drei Pokémon. Hä, mit drei Pokémon kannst du es rausnehmen und jetzt irgendwie so... Drangdance mit Hexen... Ach, nein, das ist ja leider tot. Arschloch! Das hatte eh kein Drangdance. Das war ja auch, weil ich hier auf Wahlband. Hä, vielleicht war das nur so, als witz, wenn du jetzt Abschlag bekommst, dann Drangdance einsetzt. Und dann, ja. Uh, die schöne Feuerstum-Animation und das ist dann Chaos. Stop-Step-Hetzen wir mal nicht, die ist auch nicht gegeben, mein Lieber. Ja, das bereue ich jetzt schon. Ah, schön. Aber ich muss sagen, ich finde schon, dass es funktioniert. Es ist lustig. Ja, das... Leute, ihr müsst es so sehen. In dem Sinne, wir haben uns nicht vorbereitet. Alles random. Das ist so, als ob wir ganz normales Random-Battle hier gerade machen würden. Genau. Jetzt kommen wir mal zur Frage. Lernst du Wuppert eigentlich Heatwave? Kann ich lernen. Okay. Ich bin ein wildes Tugerskin, weil ich möchte jetzt nicht, dass es mit Delphox endet. Deswegen hole ich mal einen Metagross rein. Mein Name ist Metagross. Delegator. Uh. Ja, Delegator. Und ich habe mir Folgendes gedacht, da... Naja. Mega Metagross ja jetzt doch nicht gewandt wurde, was ich leider schade finde, aber es ist halt eben so. Du dreckiger Hohenzug. Doch, doch nicht so verbal werden, mein Lieber. Nett, ähm, ja. Aber gut. Jetzt bin ich aber... Ja, ähm, Kinder, das hat der lieber Onkel jetzt nicht gesagt, ähm, äh, in dem Video. Meine Güte. Ich glaube, ich piepe die Szene gleich mal aus. Ähm, das passt schon. Also gut, ähm, Eiship, ja. Und mal gucken, was du drauf hast. Vielleicht killt mich ja ein Stored Power. Mit vierfacher Resistenz. Tänz. Wer weiß. Ampelleuchte. Oh nein, die gefürchtete Ampelleuchte. Wird sie... Wow, macht aber einigen Schaden. Fast 50 Prozent mit plus zwei. Meine Güte. Äh, tschau. Jetzt kommt, äh, jetzt kommt das letzte Wolltula. Ist das nicht am Anfang rausbringen können, so Sticky Whap wäre, glaube ich, sinnvoll gewesen am Anfang, oder nicht? Äh, das Set, das Set ist nicht sinnvoll. Okay, ich, ich möchte kurz... Hat kein Sticky Whap drauf. Ich möchte noch kurz die anderen Puppen und zeigen, also... Hm, die meint... Ich, ich mach das so. So, tschüss Metagross. Das Pokémon hat... Das Set ist... Hat leider kein hier Sticky Whap, muss ich sagen. Oh, was? Oh, predicted. Nein, ähm... Hm. Ich mach das jetzt mal extra. Will er hier wenigstens noch einen spannenden Kampf rausholen, so? Ja. Ich möchte das letzte Pokémon rausholen. Uh, Volltreffer. Der hat gemattert ohne Ende, aber... Und jetzt kommt mein letztes Pokémon. Weswegen ich Schnurrgas geopfert habe, Persian. Hallo, Snooby-Likat. Alles klar bei dir. Ach, du Heiliger. What the fuck? So quit. Ich würde sagen... Ich dachte schon. Wir verabschieden uns dann mal. GG, Takeru und... Ich bin weg. Katwine. Und tschüss. Goodbye. Ja gut, und das wäre dann der Randbets live-kommentierte Live-Kampf im Livestream. Diese drei L's müsst ihr euch immer merken, sie sind sehr wichtig. Ähm, nein, eigentlich nicht. Ähm, ja, und ich hoffe dann mal, ihr hattet Spaß dran, mal zu sehen, wie... ...die random Pokémon live funktionieren. Hattest du Spaß, Takeru? Äh, halbwegs am Ende dieses... dieser Scheiß-Predict am Ende mit Metagross. Da hab ich mir auch nur gedacht, what the fuck, ich... jetzt hab ich verloren. Ach, das war halt eben ein Metapredict. Ha, ha, ha. Ja gut, äh, na gut, äh, dann, äh, ja. Denk mal, war's das. Wir sehen uns dann in späteren Videos wieder und, äh, ja. Bis dann und ciao. Ciao. Ciao.